Leute, ich denke mal, heute wird ein sehr, sehr kreativer Tag. Ich habe echt coole Ideen und ich werde mich jetzt mal hier ins Studio übergeben und ich denke mal, wahrscheinlich werde ich hier den nächsten Hitschreiben. Also ich habe echt gutes Gefühl. Ich bin kreativ und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall. Mir juckt es schon in den Fingern. So, die Geräte sind scharf gemacht und ja, die Maschine läuft sozusagen. Das ist alles noch sehr jungfräulich hier. Noch nichts passiert, aber ich denke mal, jetzt so langsam, langsam kommt mir die erste Idee und ja, das werde ich jetzt quasi gleich mal hier einspielen. Also, das ist eine ziemlich coole Melodie, glaube ich. Ich fange halt einfach mal an, was mir gerade so einfällt. Ich denke mal, das könnte ein cooler Anfang sein. Junge 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 6 1,5 Stunden später So, das war mein heutiger kreativer Tag. Jetzt bin ich echt ein bisschen erledigt, muss ich ehrlich zugeben. Es war recht anstrengend, aber auch sehr produktiv. Also ich konnte meine Ideen, glaube ich, ganz gut umsetzen. Und ja, ich denke mal, das wird ein cooler Song werden. Und ich habe ziemlich gut daran gearbeitet. Bin auch sehr weit gekommen. Und mal sehen, wie euch nachher dann irgendwann das Endergebnis gefällt. Jetzt mache ich jetzt mal Feierabend, weil ich kann nicht mehr. Bis dahin. I'm living on the edge of the night I'm living on the edge of the night And I don't feel safe I don't feel safe When you are not here with me I'm living on the edge of the night I'm living on the edge of the night And I don't feel safe I don't feel safe When you are not here with me I don't feel safe 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 I don't feel safe